Historische und skurrile Fakten Hexen stehlen Penisse und halten sie als Haustiere. Im Maleus Maleficarum, dem berüchtigten Leitfaden aus dem 15. Jahrhundert zum Aufspüren von Hexen, wird diesen die Fähigkeit zugeschrieben, die Penisse von Männern zum Verschwinden zu bringen. Die Hexen hielten die abgetrennten Penisse dann in Nestern und fütterten sie mit Hafer wie kleine äderige Pferdchen. Krankheiten lassen sich mit einem Tabakeinlauf heilen. Im 18. Jahrhundert wurden Tabakraucheinläufe zur Behandlung einer breiten Palette von Leiden eingesetzt, darunter Kopfschmerzen, Magenkrämpfe und sogar Tod. Wenn du damals also krank oder bewusstlos warst, standen die Chancen gut, dass die erste instinktive Handlung deiner Ärzte die war, Pfeife und Feuerzeug aus der Tasche zu ziehen und dir Rauch in den Arsch zu blasen.